Herzlich Willkommen in einem extra Video aus dem Miniatur Land führt den Fodenwald Zusehen ist die Anlage bereits draußen mit der Stahlindustrie Ganz viel Spaß Selbstverständlich freue ich mich aber auch über Likes, Ablusten und Kommentare für dieses Video Vielen Dank Das Leben im Urgebiet war hart und schwer. Es drehte sich alles um Stahl und Kohle, aber die Leute haben was besser draus gemacht. Das Leben im Urgebiet war hart und schwer. 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 Das Leben im Urgebiet war hart.